Heute geht es um CSS-Backdrop-Filter. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es mal wieder explizit um einen CSS-Tag, und zwar die sogenannten Backdrop-Filter. Und damit werden wir eine ganze Menge machen, bzw. ich werde sie ein bisschen präsentieren und zeigen, wie man sie nutzen kann. Das Ganze ist ziemlich cool, aber eine Sache vorweg, das Ganze ist ein Editor's Draft. Das heißt, dieses CSS-Attribut ist noch nicht richtig supported. Und ich würde davon abraten, es irgendwie so einzusetzen, dass ohne dieses Attribut im Prinzip eure Seite einfach nicht funktioniert. Das heißt, es ist ein kleines, nettes Gimmick, was man auch gleich sehen kann, warum es so ein kleines Gimmick ist. Aber wie gesagt, nutzt es mit Bedacht, weil es noch nicht so richtig supported wird. Infos dazu in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas zu diesem Video habt, unten in der Videobeschreibung ganz oben findet ihr den Link zu Discord. Das ist ein Community-Server, da könnt ihr einfach der Community joinen, Hallo sagen, Fragen stellen, andere Fragen beantworten oder einfach euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's. So, und los geht's mit dem heutigen Video. Ihr seht hier schon einiges, allerdings in unserer Vorschau noch nicht sonderlich viel. Wie immer, alles, was ihr hier seht, ist unten in der Videobeschreibung in meinem IDE-Tutorial erklärt. Dazu gibt es auch bald eine 2020-Edition hoffentlich. Ansonsten findet ihr den Code hier immer unten in der Videobeschreibung als CodePen verlinkt. Hier, ja, werden wir heute mit Backdrop-Filtern arbeiten. Was das genau ist und so weiter, werden wir uns ansehen. Allerdings brauchen wir dafür erstmal irgendwas, um was zu sehen. Wir wollen uns quasi ein kleines Menü bauen, wo wir auf Knopf drücken, es blendet ein und wenn wir irgendwo drauf drücken, blendet es wieder aus. Das heißt, ein ganz 0815-Menü, dafür brauchen wir ein ganz bisschen JavaScript. Aktuell ist diese Datei noch leer. Wir brauchen eine ganze Menge CSS, das werden wir gleich hier reinschreiben. Hier ist nun schon mal ein bisschen mein Standard drin. Und ich habe schon ein bisschen HTML vorbereitet in unsere Index-HTML nämlich. Und hier haben wir eine Style, die verlinkt wird. Dann haben wir eine Schrift, die verlinkt wird. Haben hier unser Menü. Das ist einfach ein Div-Container mit der ID-Menü und der Klasse-Menü. Und wir haben eine Navigation. Und hier in der Navigation eine Liste. Und hier haben wir einzelne Listenpunkte. Hier unten haben wir dann noch eine Headline, eine H1. Und hier haben wir einen Background-Box, wo später einfach ein Bild reinkommt. Und hier unten haben wir JavaScript verlinkt. Was heißt, das ist unsere Index-HTML. Mehr müssen wir hier auch nicht machen. Deswegen kann ich das Ganze schließen. Hier in der Seite seht ihr wie immer, ich habe in meinem Ordner hier schon ein Bild drin mit Background-Image. Das wäre also Background.jpg, das werden wir später nutzen. Und ich habe hier ansonsten, wie schon gesagt, eine Function.js, eine Main.sas und eine Index-HTML. Das Ganze brauchen wir für dieses Video nicht mehr. Deswegen blende ich es aus. Sondern wir müssen jetzt eine ganze Menge mit CSS machen. Als erstes wollen wir hier mal so ein schönes Bild einfügen. Ich habe hier, wie gesagt, einfach vor, ein bisschen mit diesen Filtern rumzuspielen. Und um damit wirklich was zu sehen, will ich, dass Text im Bild ist. Und ich will auch, dass ein Bild zu sehen ist. Und deswegen machen wir als erstes einfach mal einen Punkt. Und sagen Background-Box. Und sagen hier, Weite ist 90 View Height. Höhe ist 90 View Höhe. Und dann sagen wir Border-Radius. Keine Ahnung, was sagen wir. 4 Rem. Und hier unten Background. Als erstes. Dup, 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 dup. Size. Sagen wir Cover. Dann sagen wir Background-Image. Image. Url. Assets. Slash. Image. Slash. Background. Punkt. JPG. Speichern das Ganze mal ab. Wir müssten jetzt gleich auch irgendwas sehen. Hoffentlich. Wenn es funktioniert hat. Irgendwie hat es noch nicht funktioniert. Ist hier ein Fehler. Äh. Nö. Sollte eigentlich funktionieren. Habe ich irgendwas falsch verlinkt. Vielleicht sollte ich hier natürlich noch so einen schönen Slash reinmachen. Jetzt haben wir hier ein Bild drin. Und was wir jetzt noch machen ist Background Repeat No-Repeat. So. Das Ganze speichern wir jetzt so ab. Sieht schon mal, ja, nicht gut aus. Also es wird später ein bisschen besser aussehen. Es soll einfach uns nur ein Bild zeigen, womit wir arbeiten können. Das nächste, was wir machen ist, wir stylen mal kurz unsere, ähm, ja, unser Menü. Dafür sage ich Punkt Menü, weil unsere Menü hat ja eine Klasse. Und sage hier das Ganze Position Absolute. Das heißt, wir wollen das Ganze absolut am oberen Bildschirmrand positionieren. Außerdem wollen wir jetzt sagen, okay, das Ganze wird erstmal, setzen wir das auf minus 100 Prozent, damit es aus dem Bild raus geht. Wir sagen Left 0, damit es über die ganze Breite geht, brauchen wir auch Right 0. Sagen hier aber sicherheitshalber auch nochmal 100 View Width und Höhe 100 View Height. Zusätzlich, ähm, sagen wir Margin, geben wir einfach standardmäßig 0 mit. Das mache ich immer. Ich schreibe auch immer vier Nullen aus, damit ich mir einfach, falls ich später weiß, ich will noch was ändern, einfach das hinzuschreiben kann. Ich finde das einfach übersichtlicher. Ähm, Padding sagen wir 10 Prozent in alle Richtungen. Das könnte man jetzt auch mit einer Zahl schreiben, aber wie gesagt, ich finde es persönlich übersichtlicher, wenn ich weiß, okay, es geht in alle Richtungen mit 10. Ähm, dann sagen wir Z minus Index 20. Damit es sich auch über alles drüber legt, habe ich jetzt einfach frei 20 gewählt. Eins oder zwei müsste theoretisch auch funktionieren, weil wir nichts anderes Absolute positioniert haben. Außerdem sage ich Display Flex, was heißt, wir kopieren uns einfach mal das hier oben, ähm, zack und füge das hier einfach mal so ein. Und in dem Moment speichere ich das Ganze ab. Das ist jetzt nicht mehr zu sehen und wir fügen jetzt eine zusätzliche Funktion hinzu, und zwar und Punkt Active Top 0. In dem Moment, wenn jetzt unser Menü die Klasse Active bekommt, wird das Top-Attribut, was hier auf minus 100 Prozent steht, auf 0 Prozent gesetzt und unser Menü würde sichtbar werden. Wenn ich das Ganze jetzt so speichere, passiert erstmal nicht viel. Ähm, wir können hier rumklicken, es passiert eigentlich gar nichts. Also wir brauchen nämlich jetzt ein bisschen oder ein paar Zeilen JavaScript ganz rudimentär. Und zwar als erstes definieren wir unser Menü, ähm, und zwar eine Variable mit Menü. Und dann sagen wir Document Punkt, äh, Query Selector. Und hier sagen wir, ups, einfach nur, ähm, Menü. Und das kopieren wir uns jetzt einfach mal, fügen uns das hier ein und sagen hier Headline. Was heißt, unsere Menü hier, also unsere Headline, unsere A1 hat die ID Headline und die wollen wir jetzt ansprechen. Was heißt, ich sage hier jetzt Headline, zack, und kann jetzt hier einfach sagen, na, nein, so. So, äh, sage Headline und sage Add Event Listener und wir wollen ein Event triggern, wenn wir drauf klicken. In unserem Fall wollen wir jetzt einfach eine Funktion starten und diese Funktion wird sein Menü Punkt, äh, Classlist Punkt Toggle und dann Active. So, wenn ich das Ganze jetzt abspeiche und ich hier drauf drücke, seht ihr, hier in der Mitte ist jetzt das Menü hinzugekommen. Es ist jetzt auch sehr klein, das müssen wir gleich noch stylen. Und wenn ich nochmal hier drauf drücke, passiert nichts, weil ich, weil das Menü drunter liegt. Was heißt, wir kopieren uns das jetzt einfach einmal und sagen hier einfach Menü. Und wenn wir darauf klicken, soll das ebenfalls toggeln. Was heißt, es geht jetzt, blendet sich ein und wenn ich klicke, blendet es wieder aus. Ähm, wir können das Ganze jetzt noch ein bisschen verschönern. Was heißt, wir sagen jetzt hier, äh, Transition 250 Millisekunden All. Speichern das Ganze ab und wir können hier auch noch unser Menü an sich ein bisschen verschönern. Das Copy-Paste ich jetzt einfach mal kurz rein, damit wir uns ein bisschen Zeit sparen. Und zwar, ähm, einfach, oh, das ist ein bisschen sehr weit eingerückt. Und zwar sage ich hier einfach eine Liste, weil wir haben ja in unserer, in unserem Menü eine unordnete Liste. Da sage ich Padding Marge 0. Ich sage, dass es 100% ist. Ich sage, dass der gesamte Inhalt zentriert sein soll mit Flex. Flex, die einzelnen Listenpunkte sollen Abstand nach unten bekommen, sollen eine Weite von 100% haben, eine Schriftgröße von 30 Pixel, in unserem Fall 3 Rem, sollen eine weiße Farbe kriegen, sollen Schriftdicke Bold bekommen, sollen Cursor Pointer sein, was heißt, sie sollen klickbar werden oder zumindest so aussehen, als wenn sie klickbar sind, sollen komplett in Großbuchstaben, sollen ein bisschen Abstand zwischen den Buchstaben haben und zentriert. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, ich hier drauf drücke, seht ihr, man hat hier schon wunderbar so ein Menü, was so einblendet, ist jetzt, wie gesagt, nicht sonderlich funktionell. Es geht mehr oder weniger jetzt nämlich um den eigentlichen Inhalt unseres Videos, nämlich um die sogenannten Backdrop-Filter. Und zwar gab es ja lange Zeit schon im Desktop und überall die Möglichkeit, ja, so verschwommene Hintergründe oder so etwas zu nutzen. Und das gab es also, es gibt auch schon eine ganze Zeit lang Filter an sich in CSS, dass wir beispielsweise Bilder schwarz-weiß machen können oder so etwas, aber Backdrop-Filter ermöglichen etwas noch viel Cooleres. Und zwar können wir einfach sagen, okay, wir geben jetzt unsere Menü, Backdrop-Filter, also ein neues Attribut und sagen jetzt hier beispielsweise Plur 0.5 Rem. Das Ganze speichere ich jetzt und jetzt seht ihr schon, es ist verschwommen und zwar alles im Hintergrund dieser Diffbox. Und das bezieht sich nicht nur auf Bilder oder Text oder irgendwas, sondern jedes Element, was hinter der Diffbox ist, wird von dem Backdrop-Filter, ja, mehr oder weniger beeinflusst. Was heißt, wir haben jetzt hier einen wunderbaren Blur-Effekt, der, finde ich, persönlich ziemlich cool aussieht. Also diesen Blur-Effekt finde ich persönlich auch am nutzbarsten. Es gibt aber eine ganze Menge, was heißt, wir können auch so etwas nutzen wie beispielsweise Brightness und sagen jetzt hier beispielsweise 50% und in dem Moment wird unser Hintergrund dunkel. Und das betrifft halt, wenn ich jetzt hier sage 20%, dann haben wir fast schwarz, obwohl wir hier gar keine Hintergrundfarbe vergeben haben, sondern wir dunkeln den Hintergrund im wahrsten Sinne des Wortes ab. Wir können aber noch viel mehr machen. Wir können beispielsweise auch den Kontrast hochdrehen, was heißt, wir können jetzt sagen, wenn wir hier reinklicken, man soll das natürlich auch Kontrast richtig schreiben, das bringt. Jetzt haben wir hier so einen Kontrast drin. Wir können das Ganze natürlich auch vergrößern, was heißt, wir sagen 200%, dann wird das hinten, ja, wird das einfach nur stärker vom Kontrast. Und ihr seht jetzt auch, dass das halt nicht irgendwie ein Hintergrund ist, den wir da einladen, sondern sich wirklich auf die Flächen, auf die einzelne grafische Darstellung runterrendert, weil das Weiß hier beispielsweise oder das Schwarz von der Überschrift ist nicht betroffen, sondern einfach nur das Bild, wo man Kontrast auch wirklich sehen kann. Weil hier oben unsere Schrift ist schwarz, unser Hintergrund ist weiß, da wirkt sich Kontrast beispielsweise nicht mehr aus. Aber wir können auch noch ganz andere Sachen machen, beispielsweise Grayscale, was heißt schwarz-weiß. Wir können auch das Ganze invertieren. Finde ich persönlich auch eine witzige Geschichte. Wenn wir da sagen, irgendwie 70%, zack, haben wir hier einfach eine invertierte Fläche. Wenn wir sagen 100%, dann haben wir komplett invertiert aus Schwarz, weiß wird schwarz und aus allen möglichen Farben wird das invertierte Bild. Finde ich persönlich auch einen witzigen Effekt. Wir haben hier auch Opacity, was heißt, wir können grundsätzlich mit dem Backdrop-Filter auch so arbeiten, dass wir zum Beispiel sagen, der gesamte Hintergrund wird nur noch, also für 20% scheint praktisch durch. Wir können aber auch andere Sachen machen, wie beispielsweise Sephir. Da sollten wir vielleicht auf 100% gehen. Und das bedeutet einfach diesen klassischen Sephir-Look, den wir einblenden können, dieses, ja, ich persönlich bin kein Fan. Es mag aber sicher Seiten geben, wo man das sehr gut nutzen kann. Und wir können auch Saturation, was heißt, hier können wir beispielsweise sagen 20% und dann wird das alles so ein bisschen weniger saturated, finde ich persönlich auch einen coolen Effekt. Kann man gut einsetzen, wenn man beispielsweise noch ein bisschen Farbe behalten will, aber trotzdem den Fokus auf beispielsweise hier die Schrift lenken möchte. Wir können aber auch das Ganze übertreiben und sagen 200% und dann wird das richtig, ja, leuchten. Oder wir können sogar noch höher drehen, mal mal 5 und dann mal sehen, was passiert. Jo, das sieht fake aus. Ne, auf jeden Fall, wir haben jetzt hier im Prinzip die Möglichkeit, Hintergründe ziemlich einfach zu animieren mit Transition. Wir haben die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Filtern zu nutzen. Ich werde unten in der Videobeschreibung nochmal einen Link zu Marzilla posten, wo ihr die einzelnen Filter nochmal nachlesen könnt. Es ist ziemlich gut kompatibel, also man kann es schon, ja, ich sage jetzt nicht in Production, also wer den IE unterstützen muss, der hat verloren. Aber Firefox, Edge, Chrome, Safari und so weiter unterstützen das soweit, was heißt, man kann es nutzen. Es ist allerdings ein Editor's Draft, was heißt, es ist noch kein Standard. Also wer, wie gesagt, sehr browserkompatibel arbeiten muss, der sollte davon noch die Finger lassen. Allerdings kann man hierzu auch sagen, ihr könnt es einbauen und beispielsweise den Blur-Effekt zusammen mit einem einfach Hintergrund, der nicht ganz deckend ist, so habt ihr quasi immer einen dunklen Hintergrund und wenn der Browser es unterstützt, gleichzeitig auch noch so einen blurry Hintergrund. Deswegen, ich würde es einfach mal ausprobieren. Ich finde es einen ziemlich coolen Effekt und schreibt doch mal in die Videokommentare, was ihr damit machen wollen würdet. So, das war's wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, wie immer, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Probleme, Fragen oder Kritik oder sowas habt, unter der Videobeschreibung ist Twitter, Facebook, Instagram. Sagt einfach Hallo und joint der Community auf Discord. Ansonsten, wenn ihr diesen Challenge supporten wollt, findet ihr dort auch die Kanalmitgliedschaft beziehungsweise Amazon Affiliate oder einen anderen Affiliate-Partner, wo ihr diesen Channel etwas supporten könnt, damit ich weiterhin diese Videos machen kann. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.